Frag einen Neonazi. Philipp über seine Zeit als Rechtsextremist. Leute, das ist bestimmt ein bestimmtes Thema. Komm, wir gucken uns das einfach mal an. Ein Laden in Berlin, der auch Nazi-Rock... Ich glaube, der hat aber schon mal irgendwo was gesagt. War das bei Leroy? Hatte ich Leroy schon mal was mit dem gemacht oder war das ein anderer? Bin mir gerade gar nicht so sicher, aber ich dachte, den habe ich auch schon mal gesehen. Und T-Shirts verkauft hat und einer der Kameraden ist dann mit zwei anderen bei mir zu Hause eingebrochen und wollte mich um 10.000 Euro erpressen. Ich habe dann im Schlafzimmer nach meiner damaligen Pumpgun gegriffen und habe dann im Haus auch auf die geschossen. Mein Name ist Philipp. Ich bin 41 Jahre alt. Früher war ich ein bekannter Neonazi. Also jetzt muss ich sagen, das Gespoilerte war auf jeden Fall schon mal relativ interessant. Und etwas hart, muss ich sagen. Leicht harsch. Es ist Schwarze, Juden, Moslems und alles Fremde. Heute weiß ich, dass ich falsch schlage. Hallo Philipp. Noah, 27, möchte von dir wissen, warum bist du Neonazi geworden? Ich komme aus gut behüteten Verhältnissen, gut bürgerlich aufgewachsen. Ich bin ausgewandert, als ich 10 Jahre alt war, mit meinen Eltern, mit 13 zurück. Ich habe dann nicht so gut wie der Anschluss gefunden in der Schule. Häufiger Schulwechsel. Ich habe mich viel mit meinen Eltern gestritten. Und ich hatte richtig Stress zu Hause. Ich gehörte nicht dazu. Ich hatte kaum Freunde. Und ich habe auch danach gesucht, irgendwie Anerkennung zu bekommen, Liebe zu bekommen. Und ich habe dann so etwas wie eine Art Ersatzfamilie gesucht. Und die habe ich dann leider relativ schnell im Bereich der Neonazis gefunden. Trevor D. fragt sich, wie bist du in den Neonazi-Szenen abgerutscht? Abgerutscht fühlte sich das damals nicht an, sondern wirklich, ich wollte dazugehören. Es war so, dass ich in Kontakt gekommen bin mit anderen Jugendlichen, die auch wütend waren. Und wir wollten unserer Wut irgendwie einen Ausdruck verleihen. Und dann bin ich relativ schnell in Kontakt gekommen mit Musik, mit dem sogenannten Rechtsrock. Und dieser Rechtsrock hat mir ganz viele tolle Botschaften erst mal mitgegeben, dass ich was Besonderes bin. Ich glaube, das ist meistens halt wirklich bei den Leuten, die nicht viel haben oder die auch kein Selbstvertrauen haben oder auch sich nicht eine eigene Meinung bilden können. Die wollen so ein bisschen für sich selbst dann die Anerkennung irgendwie, was weiß ich, mit Musik haben oder irgendwie da bekommen oder mit irgendwelchen Gruppen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und deswegen gibt es auch heute noch viel zu viele von solchen Leuten, sage ich mal. Ist auf jeden Fall krass. Also ich finde es auf jeden Fall nice, dass er darüber spricht und dann schon aufklärt, wie sowas stattfinden kann. Stolz auf mein Land sein soll, dass ich stolz auf mich sein kann. Und dann haben wir uns als Gruppe zusammengefunden und dann haben wir uns auch innerhalb dieser Gruppe zusammen radikalisiert und bin so sehr, sehr schnell, sehr tief in die Neonaziszene gekommen. Haben euch alte Männer rekrutiert? Nachdem sich dann rumgesprochen hatte, dass es hier viele junge Leute gibt, die sich gerade so für Rechtsrock interessieren, sind die auf uns zugekommen und haben gesagt, Mensch, komm doch mal zu unserem NPD-Stammtisch, komm doch mal zu unserem Treffen, komm doch mal mit zur Demonstration. Und so wurden wir immer weiter in diese Gruppen reingezogen. Naomi K. möchte von dir wissen, gab es sowas wie ein Aufnahmeritual? Viele der Gruppen schaffen sich eigene Rituale. Zum Beispiel, dass man sich ein Jahr bewerben muss. Man muss Dienste machen für die Kameradschaft, muss sich beweisen, dass man an die Ziele des sozusagen des Nationalsozialismus glaubt. All sowas habe ich auch gemacht. Oft sehr spielerisch und wir haben den Ernst dahinter völlig vergessen, dass wir zum Beispiel oder ich einen Schwur auf die Hakenkreuzfahne damals abgelegt habe. Es ist ein Ritual, vor allen anderen steht man, die Fahne hängt und man schwört wie damals. Da gibt es alte Bilder aus dem Dritten Reich, wie auch Adolf Hitler die Fahne zu den einzelnen Standartenträgern weitergegeben hat. Und sowas haben wir sozusagen nachgestellt, um im Geiste der damaligen Soldaten von 1939 bis 1945 das nachzulegen. Rituale binden, weil diese zu Gewohnheiten werden auf jeden Fall. Und gerade Leute, die sich generell unsicher fühlen oder vielleicht auch sonst keine sozialen Kontakte haben, die fühlen sich da natürlich komplett gebogen, komplett wohl. Und das ist das Problem. Die sind dann halt auch extrem beeinflussbar. Und das merkst du dann halt hier. Vor allem, wie weit dann dieser Kreis geht, das ist halt mega heftig. Leben sozusagen. Wie alt warst du da? Bei diesem Schwur war ich vielleicht 16, 17. Das wurde auch öfter immer wieder mal gemacht in neun Gruppen. Immer wieder gehören diese treue Schwüre dazu, weil sie die Gruppe zusammenhalten. Sula fragt sich, hast du Nazi-Tattoos? Und was für ein Wetten, dass er welche hat? Safe. Ich sag mal so, Leute, die so einer engen Sache angehören, gerade was auch die Nazi-Szenen angeht, ich denke, die haben viele, viele solche Tattoos. Sula, ich habe eine Menge Nazi-Tattoos. Ich habe verbotene Tattoos, die ich auch habe überstechen lassen. Ich hatte hier zum Beispiel in der Mitte von meiner Brust ein Hakenkreuz, das ich dann übergestochen habe. Alter, er hat einfach ein Hakenkreuz in der Mitte, wo man es überall sehen kann. Sobald du mal dein Hemd aufknöpfst, hast du dort einfach ein Hakenkreuz. Das ist echt hart. Das ist echt hart. Ich hatte mir Symbole der Waffen-SS, verbotene germanische Symbole habe ich mir tätowieren lassen, aber ich habe auch noch Symbole jetzt auf meinem Körper, die zwar nicht verboten sind, aber noch eindeutig rechts sind. Ich versuche nach und nach, die alle überstechen zu lassen, aber das ist auch ein sehr langer und sehr kostenintensiver und schmerzhafter Prozess. Und deswegen geht meine Botschaft auch daraus, zweimal denken, einmal stechen. Jette Haag interessiert, warum immer Tattoos und Glatze? Also moderne Rechtsextreme machen das nicht mehr. Die sind, teilweise wollen die sehr hip sein. Man spricht da ja auch von Nazi-Hipstern. Zu meiner Zeit der Radikalisierung gehörte das dazu, dass da schwappte das Skinhead-Dasein, Boneheads. Nicht alle Skinheads sind rechts, aber ich habe mich als rechter Skinhead bezeichnet. Und es kam aus England rüber, da gehörte das dazu, dass man als Teil der Arbeiterklasse, Working Class, dass man sich Tattoos macht, dass man vielleicht Hemden mit Hosenträgern trägt, Stiefel aus dieser Arbeitswelt, Working Class. Aber es gibt gerade einen Wandel, dass Rechtsextreme sich mehr verstecken, um gesellschaftlich mehr anzukommen. Ja gut, das kann natürlich sein. Ich glaube, deswegen ist es auch so krass, dass es heutzutage noch relativ viele davon gibt. Nur wir kriegen das halt auch einfach nicht mit. Das ist genau so, wie ich check auch nicht, wie man teilweise auch so rechten Ansichten, ja, wie man das fühlen kann, was sie da teilweise vertreten. Magmarock fragt sich, waren deine Eltern auch Nazis? Nein, meine Eltern sind keine Neonazis und waren auch nie Neonazis. Aber ich habe meine Eltern abgelehnt. Meine Eltern waren in jungen Jahren meine Feindbilder und ich wollte nicht so sein wie meine Eltern. Der hat seine Eltern abgelehnt? In was für einer Welt lebe ich gerade eigentlich so? Also warum tue ich mir das alles an? Warum sind wir das so, Leute? Und ich habe mich auch entschieden, mich aus der Gesellschaft und aus der Demokratie zurückzuziehen, um auch gegen meine Eltern zu rebellieren. Also meine Eltern waren ganz klar keine Neonazis. Hatten deine Eltern Angst vor dir? Ja, meine Eltern haben mir erst 20 Jahre später gestanden, dass sie schon in jungen Jahren sehr viel Angst hatten. Beispielsweise auch meine Schwester hatte mir dann gesagt, dass sie möglichst schnell ihr Abitur machen wollte, um zu Hause auszuziehen, um von mir wegzukommen, weil sie so sehr Angst vor mir hatte. Krass, Mann. Lulu fragt sich, was hast du damals über alles Nicht-Deutsche gedacht? Ich habe gedacht, dass diese Menschen in diesem Land hier nichts zu suchen haben. Dass dieses Land den Menschen gehört, die hier sozusagen aus meiner Sicht seit tausenden Jahren die Wälder, Täler und Berge bewohnen. Und dass sie hier alles verändern zum Negativen, dass sie nichts Gutes mitbringen. Und deswegen habe ich alles und jeden gehasst, der hier war, der nicht in mein Bild passte. Und ich war auch bereit, körperlich gegen die vorzugehen, also Gewalt anzuwenden, um sie aus diesem Land wieder zu vertreiben. Wen hast du besonders gehasst? Da kann ich schwer eine Abstufung machen, denn in ganz jungen Jahren wurde ich so radikal, dass ich fast alles gehasst habe. Von dem Kommunalpolitiker, Bürgermeister bis hin zu den USA, Antisemitismus, Juden, Moslems, Dunkelhäutige. Ich habe einfach alles und jeden gehasst. Jeder, der nicht in mein Bild passte, der war direkt Todfeind. FXX fragt sich, war Hitler dein Vorbild? Es gehörte zum guten Ton, sich zumindest auszukennen im Dritten Reich von 1933 bis 1945 und auch mal meinen Kampf gelesen zu haben. Es gab viele Dinge, auf die wir uns bezogen haben und es gab eine doch eine längere Zeit, wo Adolf Hitler und seine Schergen meine Vorbilder waren leider. Daniel Austen. Es kann sich nicht ausmalen. Du kennst die Geschichte, du weißt, was die gemacht haben. Und es sind einfach deine Vorbilder. Also kannst du dir wirklich nicht ausmalen. Also ich finde, sämtliches rechtes Gedankengut ist komplett schwierig. Also es ist einfach null Toleranten akzeptabel. Was dachtest du über den Holocaust? Oh, jetzt bin ich gespannt, was er dazu sagt. Weil das, finde ich, ist ein Thema. Selbst wenn du rechts bist, ist das, was da passiert ist, geht halt gar nicht. Und manche, die verleugnen das ja oder sagen, das gab es nicht. Was dachtest du über den Holocaust? Es gehört dazu, den Holocaust zu leugnen, aber eigentlich wusste ich innerlich, das war zu groß, dass das Fake ist, dass das gestellt wurde von den Alliierten. Ich habe also geleugnet aufgrund der Gruppe, aber ich war eigentlich sicher, dass es denen gegeben hat. Aber das habe ich ausgeblendet und habe gesagt, na gut, das war eine üble Sache, die die Nazis gemacht haben, zu denen ich mich zugehörig fühle. Aber wir müssen über das ganze Positive auch sprechen. Das hat man dann so verdrängt und ausgeblendet. Hattest du nie Zweifel an eurer Ideologie? Nein. Man umgibt sich ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch mit Menschen, die nur noch so denken. Man ist in einer festen Gruppe und man darf gar nicht. Guck, das Diesel in der Bubble hört auch ständig Meinungsblocker in diese Bubble zu schieben und dann zu sagen, ja hier Bubble, Bubble, Bubble. Das hier, das ist die wahre Bubble und die ist auch noch gefährlich. Aber heutzutage ist es ja schon gefährlich, wenn ein Meinungsblocker über einen anderen Meinungsblocker redet, weil das ist dann auch schon sektenähnlich. Ja, Tobias? Außerhalb dieser Box denken. Ich war hundertprozentig überzeugt. Dono Tu möchte wissen, warst du Mitglied in einer rechten Partei? Ich war Mitglied in mehreren rechten Parteien, aber habe nachher für mich entschlossen, über Parteien wird es nicht funktionieren und wäre dann eher lieber in den bewaffneten Widerstand gegangen. Nachdem ich keine richtige Heimat im Parteileben gefunden habe, habe ich mich immer mehr auf die Rechtsrockmusik konzentriert. Ich habe dann auch angefangen, einen Internetshop zu eröffnen. Ich habe einen Laden eröffnet. Ich habe eine rechte Kameradschaft gegründet. Werwolf Wismar hieß sie damals und bin dann zu einer sogenannten Szenegröße aufgestiegen und habe auch sehr viel Geld mit dieser Szene verdient, dass nicht nur ich drin war, sondern ich habe auch angefangen, immer mehr neue Leute reinzuziehen. Shadow ist grüßig. Zinsspulen, zahme Schäden. Gehe ich gerade auf jeden Fall. Wie muss man sich ein Rechtsrockfestival vorstellen? Die Musik wird genutzt, um alle möglichen Menschen zusammenzubringen. Aber wild, dass ihr noch da seid. Ganz wild. Speziell natürlich aus Deutschland, wenn sie dort stattfinden, um ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen, einen tollen Moment auch, um zu zeigen, okay, wir sind viele und wir können was bewegen und wir kriegen Aufmerksamkeit. Presse, Medien kommen und so weiter. Die Polizei kommt. Es gibt Demonstrationen. Das macht alle stark. Es schweißt sie als Gruppe zusammen und es dient natürlich der Vernetzung, um Pläne auch zu machen für die Zukunft. Und deswegen stellen sie auch so eine große Gefahr dar. Wird doch der Hitlergruß gezeigt? Der Hitlergruß wird teilweise gezeigt. Das hat auch damit zu tun, wenn der Alkoholpegel steigt, dass viele dann auch sagen, ist mir jetzt scheißegal, auch wenn ich eine Straftat begehe. Und wir müssen natürlich unterscheiden. Es gibt die verborgenen, es gibt die geheimen Konzerte, wo was angemietet wird. Und dann wird gesagt, wir feiern hier eigentlich eine Hochzeit und auf einmal schlagen 300 Neonazis auf, die dann dort mit Musikinstrumenten stehen und da eine Party machen wollen. Und die Polizei kommt nicht schnell genug ran und dann fühlen sich alle dort frei, dort zu machen, was sie wollen. Aber es gibt auch angemeldete Konzerte und dort wird darauf geachtet, dass sie diese Sachen nicht machen. Wieso 030? Es ist übrigens hier auch in der Umgebung. Das Ding ist, das ist halt auch wieder ganz traurig. Ich wohne in Sachsen. Manche wissen es jetzt wahrscheinlich nicht, die jetzt noch dabei sind. Ich wohne in Sachsen und auch hier in der Umgebung gab es auch so eine Absteige, würde ich sagen. Es ist kein Club, das konnte man auch mieten. Und dann konnte man dort seine Partys feiern, auch mit 200 Leuten oder auch teilweise sogar mit 300 Leuten. Und ja, es war halt schon eine Absteige und dort haben sich auch regelmäßig irgendwelche rechten Parteien oder rechten Leute einfach generell getroffen und haben dort ihr Zeug gemacht, wo ich mir so denke, Gott, also wie kommt man darauf? So, also warum macht man sowas? Und warum vermietet jemand eine Location, wo man weiß, dort sind halt wirklich nur rechte Leute mit am Start und du promotest das einfach oder du feierst das, was dort passiert? Was für Pläne habt ihr bei euren Neonazi-Treffen gespiegelt? Es geht immer um Großmachtfantasien, ja, es geht immer um Macht, es geht um Politik. Wir wollten einen nationalsozialistischen Staat einrichten, eine völkische Gemeinschaft, Aria, die in Frieden und Wohlstand leben. Das war so der ultimative Traum, obwohl die meisten wussten, das ist absolut unrealistisch. Aber das war das große Ziel, auf das hinausgearbeitet wurde, ja. Habt ihr Gewalttaten vorbereitet? Wir haben Gewalttaten vorbereitet, wir haben uns auch vorbereitet auf den sogenannten Bürgerkrieg auf Tag X, aber wir haben auch Anschläge auch gegen Gebäude und auch gegen Menschen geplant, besonders natürlich aus der Linksextremen, aus der linken Szene oder auch gegen Politiker und auch gegen Menschen mit Migrationshintergrund, ja. Melle möchte von dir wissen, Und da sieht man eigentlich einfach mal, wie gefährlich die Welt ist. Also, wie viel auch im Hintergrund läuft, was man jetzt nicht so denkt, ne. Man denkt jetzt so, ja, als Politiker hat man das und das zu tun, aber du wirst halt auch regelmäßig bedroht, ne. Oder andere haben dich auf ein Visier, ja, auf ein Visier und wollen dir nur irgendwie schaden, indem sie, was weiß ich, irgendwelche Sachen manipulieren, irgendwelche Gebäude abfackeln oder so. Also, es ist schon absolut krass und ich glaube, das zeigt einfach, wie die Menschheit teilweise tickt, dass es einfach gestört ist, was zum Teil passiert. Was ist das Schlimmste, das du jemals getan hast? Ich kann da keine Abstufung machen. Ich habe auf jeden Fall sehr vielen Menschen sehr viel Leid gemacht. Wir zum Beispiel waren auf dem Weg zum Club 88, Club Heil Hitler in Schleswig-Holstein, den es damals gab. Und auf dem Rückweg kamen wir auf den Straßen. Der Lachsjabert, der ist nicht mehr rechts. Der hat sich davon abgewandt, aber möchte halt jetzt so dahingehend, denke ich mal, Aufklärungsarbeit zeigen. Ich glaube aber, damit stellt er sich auch ins Visier von den Leuten, die in dieser Szene noch sind. Also, das könnte schon gefährlich werden für ihn, safe. Zum Club 88, Club Heil Hitler in Schleswig-Holstein, den es damals gab. Auf dem Rückweg kamen wir auf den Straßen. Da haben wir drei, vier Punker gesehen und haben gesagt, okay, die greifen wir jetzt an. Die wollen wir jetzt zusammenschlagen, sind angehalten und sind auf die losgelaufen und haben auf die eingeprügelt. Es kam ein Messer zum Einsatz und nachdem wir dann geflüchtet sind, nachdem wir die angegriffen haben, war es kurz davor, dass wir die mit dem Auto dann noch überfahren wollten, bis jemand dann ins Lenkrad gerissen hat und wir Gott sei Dank die nicht überfahren haben. Nur Menschenleben hat zu dem Zeitpunkt für uns keinen Wert gehabt. Habt ihr auch Ausländer angegriffen? Wenn genug Alkohol und Gruppe im Spiel war, dann haben wir auch Menschen natürlich mit anderer Hautfarbe angegriffen. Das ist wahnsinnig. Das ist echt erschreckend. Ich habe mich bei vielen Opfern entschuldigt und die meisten haben es angenommen. Das tat mir sehr gut und ich war sehr, sehr glücklich, dass es den Opfern danach auch besser ging. Aber ich hatte, besonders in jungen Jahren, überhaupt keine Gewissensbisse. Das hat man auch völlig verdrängt. Ich war ja auch der Meinung, ich bin der Gute und ich kämpfe für was Gutes. Warum? Was haben die Punker getan? Die Punker, die sind ja eher links eingestellt und dementsprechend mögen das natürlich die Rechtsextremisten nicht oder die Neonazis. Die hassen die ja. Das hat er ja ganz am Anfang schon gesagt. Deswegen schwierige Sache. Aber ihr müsst euch das mal vorstellen. Für den war ein Menschenleben einfach nichts wert. So wäre da jemand drauf gegangen, das hätte ihn absolut nicht interessiert. Es ist krank. Es ist krank, wie man so sein kann, wie man die Realität nicht mehr wirklich blicken kann. Ich weiß nicht, wie verblendet man sein muss beziehungsweise wie man jemand so etwas einpläuen kann. Das ist sehr, sehr traurig. Und dann darf ich das tun. Und da hatte ich absolut keine Zweifel und keine Gewissensbisse. Yves möchte von dir wissen, Hattest du eine Waffe? Ich hatte in meinem Leben schon sehr, sehr viele Waffen. Es hat angefangen mit einem Messer in die Schule, Schlagring, Totschläger, bis dass ich mir dann eine scharfe Kalaschnikow gekauft habe, eine AK-47, wo ich 18 war und habe dann mit Sprengstoff, Handgranaten rumhantiert, Pumpgans. Ich hatte mein Leben lang immer Waffen, die immer für mich dazugehörten, vorbereitet zu sein, wenn Tag X ist. Und umso wichtiger ist es, dass jetzt auch immer wieder gegen diese bewaffneten Strukturen vorgegangen wird, weil ich selber ein Teil davon war und weiß, wie gefährlich sie sind. Jens Rücker fragt, gibt es wirklich so etwas wie eine schwarze Liste? Wir hatten keine Listen, aber wir hatten natürlich bekannte Feinde, die immer wieder uns auch unter Druck gesetzt haben von der Polizei bis hin zur Stadt oder Staat, Staatsanwaltschaft, Richter und so weiter. An die hätte man sich dann schon erinnert, wenn man an die Macht gekommen wäre. Aber eine sogenannte Liste haben wir nicht erstellt. Visual Cabin fragt sich, hättest du für deine Ideologie auch getötet? Ja, ich hätte es für meine Ideologie getötet. Besonders als junger Mann mit 17, 18, 19, 20 habe ich mir Bürgerkrieg herbeigesehen. Ich habe mir einen großen Krieg herbeigesehen. Ich hatte dann so etwas gesagt, immer wie jede Generation braucht seinen Krieg und ich möchte in diesen Leute, übrigens durch solche Leute wie ihn oder wie er damals war, sind dann halt auch solche Kriege entstanden, einfach weil die Bock drauf hatten. Ich weiß nicht, was in den Köpfen vorgehen muss, um jemanden oder um jemanden das Leben zu nehmen oder so. Ich werde es nicht, wirklich, das muss mir echt mal jemandem erzählen. Was hat man selber davon? Hat man dann seinen Seelenfrieden oder wie? Dass man jetzt weiß, man hat jetzt gerade eben den Menschen umgebracht, der ist tot und die Familie leidet darunter. Obwohl die gar nichts dafür kann und derjenige, der umgebracht wurde, kann auch nichts dafür. Also, es ist für mich nicht normal. ...Krieg ziehen und möchte mich bewähren. Ich möchte auch meine Familie und auch die Kameraden stolz machen. Das hatte sich später dann geändert, aber ja, ich wäre bereit gewesen zu töten. Tyler Durden möchte von dir wissen, warum bist du ausgestiegen? Es gab relativ schnell die ganzen Enttäuschungen, viele kleine Enttäuschungen, Luke betrug Gewalt untereinander und es ist dann auch zu schweren Gewalttaten untereinander gekommen. Zum Beispiel die Kameradschaft, die ich gegründet hatte, Kameradschaft Werwolf, die haben beispielsweise jemanden totgeschlagen. Es war Wut, es war Alkohol im Spiel, diese grundaggressive Haltung, die man hatte, so als Neonazi und dann gab es Streit um eine Kleinigkeit, die keiner nachher nachvollziehen konnte und dann haben die den gemeinschaftlich totgeschlagen und mit dem Messer abgestochen. Und da wollte ich kein Teil von sein und bin dann aus dem Bereich des Rechtsextremismus, Neonazi bin ich raus und habe mich dann einem Rockerclub angeschlossen, auch einem Rockerclub gegründet und habe dort Menschen mit Migrationshintergrund kennengelernt und habe gesehen, okay, das sind Typen genauso wie ich und da so fand meine interkulturelle Eröffnung statt. XENXMY fragt, was sagen die alten Neonazis zu deiner Wandlung? Für meine alten Kameraden oder Weggefährten bin ich heute ein Lappen, ein Verräter, ein Weichei. Ich bin die Spreu, die sich vom Weizen getrennt hat und allen möglichen Beleidigungen kommen mir entgegen und ich verstehe deren Wut auch, weil ich habe ja deren Lebenswelt verlassen, in der sie noch gerade drin sind und sie müssen sagen, dass ich schwach bin und damit sie die Starken sind, aber ich versuche sie immer wieder zu motivieren, auch diesen Wandel zu gehen, auch raus aus dieser Neonazi-Szene zu gehen, denn ich kann heute sagen, ich bin heute glücklicher denn je zuvor in meinem Leben 2.0 und deswegen versuche ich die eher zu motivieren und deren Beleidigungen die prallen an mir. Aber muss ich sagen, finde ich aber auch mutig, das so zu machen und auch öffentlich zu machen. Ich finde das sehr gut, dass er das macht, dass er auch zeigt, wie es da auch teilweise abgehen kann und wie krass die Szene ist, aber ich finde es halt noch krasser, dass er sich jetzt vor die Kameras stellt, da Aufklärungsarbeit leistet und sich sozusagen eigentlich schon als Zielscheibe irgendwo zeigt. Das ist Wahnsinn. Wurdest du bedroht? Ich werde immer wieder mal bedroht, das kommt aber... Es würde ihn aber niemand angreifen. Das kannst du ja jetzt nicht sagen, Eris. Also das Ding ist halt, jetzt kann man sagen, er wurde noch nicht angegriffen oder die Leute, die haben eigentlich gar nicht so den Hass auf ihn. Aber es kann immer mal ein, zwei Leute geben von diesen ganzen Leuten, die so einen Hass auf ihn haben, weil er eben das sagt, was nicht ins Bild passt, dass sie den aufspüren würden. Das weißt du ja nicht. Zu 100% aus dem Internet. Das ist aber auch, gehört mit dazu, als ich an die Öffentlichkeit gegangen bin und wenn ich bei YouTube arbeite, dann weiß ich, dass wenn ich dort Storys erzähle aus dieser verschlossenen Welt, wie das abläuft im Bereich des Rechtsextremismus, dann muss ich damit rechnen, auch dass sich die sogenannten Kameraden oder alte Weggefährten melden und dann einfach auch mich bedrohen. Das gehört mit dazu, aber auch damit kann ich ganz gut leben. Rawani BLN fragt sich, wurdest du vom Verfassungsschutz beobachtet? Ich wurde von mehreren Behörden beobachtet, natürlich vom Verfassungsschutz, vom Landeskriminalamt, vom Staatsschutz. Und das ist auch wichtig, dass Menschen wie ich, die damals so gedacht haben und dieses Land abschaffen wollen, die Freiheit abschaffen wollen, die Demokratie abschaffen wollen, dass die beobachtet werden. Ich habe auch dementsprechend Druck bekommen und das hat auch dazu geführt, dass ich auch teilweise zermürbt wurde. M fragt sich, Ja, verständlich. Vermisst du etwas aus der Zeit als Neonazi? Nein, mir fehlt absolut gar nichts. Punkt. Destina K fragt sich, kann man mit Nazis reden? Man darf sich nicht auf das Niveau herabziehen lassen, aber wir dürfen auch nicht dicht machen, denn das wollen ja Extremisten, dass sich Fronten bilden und wir müssen immer wieder bereit sein, wenn ein Extremist auch auf uns zukommt, den versuchen auch aus diesem Milieu rauszuholen und das geht nur mit Reden und mit Handreichen, aber man kann auch ganz klar eine Linie ziehen und sagen, über die nicht und jetzt möchte ich nicht mehr reden und jetzt ist die Diskussion auch zu Ende, aber grundsätzlich ist Reden immer richtig. Ja, stimmt. Von dem Klischee muss man sich ein bisschen lösen, sondern heute gibt es sehr, sehr viele kluge Köpfe und die muss man auch beobachten und muss sich damit beschäftigen, um die auch zu entlarven und deren Theorien aufzulösen. Faser fragt, hast du als Neonazi Döner gegessen? Nein, Döner wäre ein absolutes No-Go gewesen. Also, das machen einige heimlich und ich habe es dann auch erst nach meiner Zeit des Rechtsextremismus dann wieder genossen und bin heute, ich sage mal, ein kleiner Fan. Erhan Gündogan interessiert, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest. Also, es wäre auch traurig gewesen, wenn er jetzt kein Döner isst, weil ich muss sagen, Döner schmeckt halt wirklich ganz gut. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe lange keinen Döner mehr gegessen und meistens habe ich eher Dürüm gegessen als Döner. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was esst ihr lieber? Döner oder Dürüm? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Ich würde ihm sagen, teil dich mit. Such dir jemanden, vielleicht wenn du mit deinen Eltern gerade Beef hast, Philipp, wende dich an deine Tante, an deinen Onkel, dass du gerade traurig bist, dass du depressiv bist, dass du auch Freunde möchtest, dass du unglücklich warst mit der Auswanderung, mit der Zurückwanderung. Sag es einfach, ja, und fress es nicht in dich hinein. Hol dir Hilfe, Philipp. Jeanie fragt, welchen Rat hast du an Neonazis, die aussteigen möchten, sich aber nicht trauen? Ein Ausstieg ist ohne Probleme möglich. Die Gruppen arbeiten immer damit, dass sie sagen, es ist nicht möglich und dass sie Angstarbeit machen, dass sie bedrohen und sagen, wenn du aussteigst und dich veränderst, dann jagen wir dich und dann kriegen wir dich. Aber die Realität zeigt, dass es nicht so oft passiert ist. Es gibt viel Negatives, das man kurz nach dem Ausstieg erlebt. Man muss wegziehen, man muss neue Freunde kriegen und so weiter. Aber ich kann es euch garantieren, es gibt nach dem Rechtsextremismus, nach dem Neonazi-Dasein, ein glückliches Leben. Viele, viele Menschen da draußen werden euch wieder eine Chance geben und ihr werdet wieder einen Teil dieser glücklichen, demokratischen Gemeinschaft und da könnt ihr eurem Leben einen neuen Drive geben und ihr werdet es nicht bereuen. Einfach raus, aber ihr müsst leider wegziehen von dem Ort, wo ihr aktiv seid, das gehört leider mit dazu. Man muss halt auch so sehen, du bist halt komplett weg von deinem Umfeld dann. Du hast danach erstmal keine Freunde, du musst halt ja, ein neues Leben suchen. Schwierige Sache, aber wer sich darauf einlässt, auf diese Szene, der muss dann halt auch irgendwo mit den Konsequenzen rechnen. Das ist ja irgendwo logisch. Ja, spannendes Thema, aber irgendwie verstehe ich gerade nicht, dass mit dieser Pump kann. Vielleicht kommt es noch. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Der hat doch am Anfang irgendwas gemeint mit dem Pumpgun, ne? Hier, ganz am Anfang, als Spoiler. Ich hatte einen Laden in Berlin, der auch Nazi-Rock und T-Shirts verringen gebrochen und wollte mich um 10.000 Euro erpressen. Ich habe dann im Schlafzimmer nach meiner damaligen Pumpgun gegriffen und habe dann im Haus auch auf die geschossen. Und das kam einfach im Video jetzt nicht mit vor. Also entweder habe ich hier irgendwas komplett verpasst oder es kam wirklich nicht mit vor. Das ist eine ganz traurige Sache. Das ist eine ganz traurige Sache.